Ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Berthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Der Boss hat auch keine Zeit. Was zum Teufel, ich da... So, wenn ihr meckert, mache ich euch fertig. Alles okay, Kumpel! Automatisches Ausschalten! Gerne! Ey, ich habe doch angegriffen. War das echt schon? Wow. War ich hier schon drin? Sieht so aus, aber ich gehe trotzdem mal weiter. Ja, hier war ich echt schon. Ja gut. Okay. Da war ich ja gerade. Ah, scheinbar muss ich doch da durch. Na gut. Sollte nicht so problematisch werden. Das war ich mal nichts. Ach, wirklich? Hier, lösen wir den armen Irren hier. Ja. Oh, Mann. Ja. 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 Ah, okay. Da gehen wir mal hier lang. Oh, ich habe sogar was übersehen. Sieh eine Ahnung. Ich habe den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ja, jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Ich bin Reinst. Ich komme. Er hat die Welt gefunden. Ja, immer diese Intelligenzbestien hier. Ja. Oh. Heilige Schande. Die haben ja jetzt gut aufgepasst. Er ist ganz oben, in den Baumwimpeln. Wie es von diesem fliegenden Schnecken gewöhnt sind. Sieht so aus, als ob euch da oben ein Geschirr hinterlassen hat. Ihr habt den Boss gehört. Joker hatte recht. Ich habe jemanden gefunden. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Hallo auch. Was machst du da? Geht's euch gut, Jungs? Spürt ihr nicht den Druck? Jetzt tue ihr euch nacheinander. Geht's euch gut. Ja, ich habe jemanden gefunden. Ja, da ganz hinten. Supi. Weg da. Weg da. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Irgendwo nach oben. Wie ich immer, ich komme immer durch ein Wasser. Ihr habt den Boss gehört. Er ist sehr nervös. Warn ab. So, du schläfst jetzt mal schön. Ich bin. Ich bin. Ich will ihn töten. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verlässt. Unglaublich, dass du die Arme eigentlich weinend in ihren Garten gelassen hast. Sie sah so traurig aus. Oh je. Ich hab ein gutes Gefühl. Oh nein. Oh fuck. Nein? Das ist so wahnsinnig. Sonst, Ivy, oder Liebling? Ehrlich gesagt, hatte ich auf eine 10 Meter hohe Killerpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer, was man will. Joker, du bist echt krank. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Ach, das wird ja immer besser und besser hier. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Ey, ich hab dir grad das Leben gerettet, du Penner. Mach mir jetzt erstmal ein bisschen den Weg frei hier. Klammer, Affen immer. So, die Pflanze ist erstmal wichtiger. Und ein Upgrade. Supi. Aua. Wo müsste ich denn jetzt überhaupt hin? Schall-Shock-Battroger, Upgrade des Schall-Battrogerings. Ermöglicht nach dem Werfen einer Detonation, die die Selbstmordschärte eines Gegners in der Nähe überlädt und diesen ausschaltet. Die Reststörung an diesem Ort verhindert ist, dass weitere Schall-Battrogerings benutzt werden können. Naja, nehme ich trotzdem mal. Sieht auch ganz nett aus. Okay. 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 Jawohl. Da oben waren da auch ein paar Türen, die ich noch nie geöffnet habe, also gucken wir doch mal, was dort so ist. Ja, da ist schon mal einer. Ah. Vollschutz-Sahari. Irgendwann muss es ja kommen. Okay, das war eine falsche Taste. Ha. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskalibchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Wolle. Der stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich hab den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Das wird zweifelig. Ach, komm. Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Ja, ich hab dich auch lieb. Ach, da ist noch einer. Die Gegend ist schon gefährlich genug, da brauchen wir nicht auch noch solche Spucktrachtviecher hier. Ich werde jetzt schauen wir doch mal, wo muss ich hin? Ah. Da hin, wie es scheint. Und? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Da dürfen wir gar nicht runter. Okay, wieder Falschtaste. Ja, können wir jetzt einfach da rein? Nein, dürfen wir nicht. Okay. Ich hab's verstanden. Da dürfen wir nicht hin. Okay. Bisschen trexen. Ah, okay, sie sind Befreundete. Na, super. Batman. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat es mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen, aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer, Croc? Ich hab ne Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Na, so weh. Was zum Teufel sind denn das für Dinge? Heißt, ich kann jetzt ruhig wieder nach Hause, oder wie? Super. Oh, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Dort war die Tür. Hmhmhm. Dann schauen wir mal, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier hin. Wieder mal Goss im Nord. Ich würde sagen, Zweifelsfall immer dort, wo Gegner stehen. Ja, Intensivbehandlung, da sind wir richtig. Hallo? 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 Na, so weh. So, du bist der Letzte, dann weg mit dir. Oh, super. Hier sieht es genauso beschissen aus. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschützer auf dem Dach. Wenn der da raufgekommen ist, schaffe ich das auch. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht im Visier hat. Okay, von da aus schon mal nicht. Oh, oh. Nee, so kommen wir auch nicht hin. Oh, der hat mich schon wieder im Visier. Der ist gut in seinem Job. Ah, sieht eine an. Was haben wir denn hier? Das war ja doch mal sehr interessant hier. Jetzt. Willkommen, alter Freund. Moment. So, geschafft. Wir sind wieder in der Intensivbehandlung. Und es speichert. Also würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.